Werbung auf Social Media ist häufig anders wie in klassischen Medien, also zum Beispiel im Fernsehen oder in Printprodukten. In letzter Zeit fällt mir immer häufiger aber ein besonderes Phänomen auf. Gerade zum Beispiel auf Insta begegnen mir ständig Werbung, die so aussieht, als hätte die irgendeine nette Person von nebenan einfach bei sich zu Hause mit der Handycam aufgenommen. Also als hätte ich es eigentlich selbst machen können. Das Ganze nennt sich UGC, User Generated Content. Und genau dieses Phänomen schauen wir uns heute mal genauer an. Statt in der perfekt ausgeleuchteten Küche, in der irgendjemand den cremigsten Joghurt ever ist, schaue ich dabei zu, wie jemand in einem ziemlichen Standardbad eine Gesichtsmaske aufträgt oder scheinbar die Handycam als Spiegel verwendet und dann irgendwelche Kosmetikprodukte verwendet. Das Ganze sieht eher aus wie ein TikTok oder eine Insta-Story und nicht wie Werbung. Und genau das soll es auch. Klassische Werbung können wir nämlich ziemlich schnell erkennen. Und wenn wir gerade auf TikTok oder Insta unterwegs sind, sind unsere Finger natürlich ganz schnell dabei, das Ganze auch wegzuswipen. UGC-Werbung wirkt aber so, als würde sie auf diese Plattform gehören. Wir schauen dann dementsprechend auch länger zu. Außerdem wirkt diese Art von Werbung auf uns auch viel eher wie eine persönliche Empfehlung von der netten Person, die da gerade so zu uns spricht. Ist also perfekt für Social Media. Unternehmen setzen auch ganz stark auf diese Werbung, denn damit haben sie vielleicht auch noch die Chance, uns noch ein bisschen eher zu beeinflussen, ihre Produkte gut zu finden oder sogar zu kaufen. Kein Wunder also, dass dafür auch ganz gut Geld bezahlt wird und UGC-Creator ein ziemlich beliebter Job wird. Eigentlich ist die Art von Werbung, die UGC-Creator machen, der Art von Werbung, die Influencerinnen und Influencer machen, ziemlich ähnlich. Es gibt bei dem Job aber einen ganz zentralen und großen Unterschied. Influencerinnen und Influencer bauen sich ihre Reichweite und ihre Followerschaft über Jahre selbst auf und werden, wenn sie Werbung machen, auch genau dafür bezahlt. Je größer die Reichweite, desto größer kann eben auch der Verdienst sein. UGC-Creator machen sowas gar nicht. Die brauchen eigentlich noch nicht mal ein eigenes Social Media Profil, denn sie nehmen ihre Werbeinhalte ganz genau, wie das eben sein soll zu Hause aus und schicken das dann an das Unternehmen, die das bestellt haben. Das Unternehmen kümmert sich dann darum, wo und wie oft die Inhalte ausgespielt werden. Da bezahlen die in der Regel dann zum Beispiel Instagram und TikTok für diese Werbung. Außerdem teilen UGC-Creator nichts aus ihrem eigenen Leben und genau das machen Influencerinnen und Influencer ja schon zu einem ganz großen Teil. Werbung ist nur ein kleiner Teil des Influencerinnen- und Influencer-Inhalts, aber der einzige und große Teil von UGC-Creator-Inhalten. Einige UGC-Creator haben aber eigene Social Media Accounts und prahlen da auch hin und wieder drüber, wie viel sie mit ihrem UGC-Job verdienen. Dabei muss man aber unbedingt beachten, dass Unternehmen ganz unterschiedlich viel Geld für UGC-Inhalte ausgeben. Außerdem sollte einem klar sein, dass man als UGC-Creator auch nur für eine bestimmte Anzahl von Unternehmen Werbung machen kann. Denn sonst würden wir als Zuschauende ja irgendwann das Gesicht oder auch die Stimme als typisches Werbegesicht oder typische Werbestimme erkennen und genau wegswipen. Wie bei normaler Werbung eben. Ist dir UGC-Werbung schon mal aufgefallen? Achte mal drauf, wenn du auf Insta oder TikTok unterwegs bist. Ich finde das Ganze nämlich ganz schön spannend und glaube, wir werden da in nächster Zeit noch viel mehr davon zu sehen bekommen. Wenn du was Neues in diesem Video gelernt hast, dann lass uns unbedingt ein Like oder ein Abo da und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.